Noch mal nachgefragt, die kritischen Worte nach dem Part-up-One-Spiel. Was hat es mit Ihnen gemacht in den Tagen? Sie werden ja mitbekommen haben, dass Kovac, Salihamidzic, Rummenigge gesagt haben, wenn er sich schon so äußert, dann muss er auch vorangehen. Also ich sage jetzt mal, wir einfach gestrickten Journalisten haben das Tor gesehen und haben gesagt, jetzt hat er geantwortet. Ja, mir wurde die Frage vorhin natürlich schon mal gestellt. Ich glaube, es hatte jetzt nichts mit dem, was vorher gesagt wurde, zu tun. Meine Leistung hat es jetzt, glaube ich, nicht beeinflusst. Ich weiß, dass ich mich kritisch geäußert habe nach dem Paderborn-Spiel. Würde ich auch in der Art und Weise wieder so tun, weil das einfach meine Meinung ist. Auch heute war nicht alles super, aber wir haben es deutlich besser gemacht als gegen Paderborn. Hat Sie das gewundert, dass das tagelang Thema war? Joshua Kimmich ist kritisch? Ja, wenn ich jetzt wieder etwas dazu sage, dann wird das weiter Thema bleiben. Also es ist, wie es ist. Inwieweit war das vielleicht das beste Spiel Ihres Lebens? Weiß ich nicht. Meine ersten vier Champions-League-Tore direkt an einem Tag zu erzielen, war natürlich grandios. Und das beste Spiel meiner Karriere, weiß ich nicht. Es gab schon einige gute, aber heute war es, denke ich, mit vier Toren eines der besten. Wir haben gesehen, Niklas Süle hat Sie nach dem Spiel beim Jubeln umgegrätscht. Was war denn da los? Können Sie das mal kurz in Ihren Worten ein bisschen schildern? Wir haben einfach ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe ihm einen Klatsch auf den Kopf gegeben und er hat sich umgedreht und hat dann einfach kurz reingekrätscht. Aber alles gut. Ich habe ihn auch nach dem Spiel umgegrätscht, aber das war auch, weil er mir einen Schlag gegeben hat. Ich weiß nicht warum, müssen wir noch mal klären. Aber das ist heute sein Abend, muss ich sagen. Da freue ich mich unglaublich. Ein sehr, sehr guter Freund von mir. Deswegen noch umso mehr hat er sich verdient. Ein sehr, sehr guter Freund. Untertitelung des ZDF, 2020